Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Na gut. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Momentan Ja und dann überhitzt das Ding, dann kann ich nicht weiter schießen So, haben wir es jetzt vielleicht mal? Ne, ist ja noch eins da, ist ja... Wie oft denn noch, bitte? Jetzt habe ich alle drei weg Hier kommen wir mal eins, ist ja klar Ah ja, geil Freunde der Sonne Ja, war anstrengend, ne? Ja 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 Ah, ist die Xana wieder, ist die vom Anfang. Okay, ich mach mal ganz kurz Päuschen hier. So. Nochmal zentriert wieder. So, jetzt ist hier... Also das war jetzt heftig, oder? Also ich hab nicht gedacht, dass ich das schaff. Ich hab gedacht, das sei so ein Ding. Nee, daran musst du ja erstmal verzweifeln, bevor du daran wächst. Ist das gut? Alles klar, jetzt. 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 Das ist dieser Jade Stein. Oder nicht? Aha. Hä? Ja, was mach ich jetzt damit? Ist der Zweck, oder? Ist der Zweck, oder? Hä? Das ist was doppelt... Also das ist zweiteilig. Das kann man öffnen. Also, glaube ich. Ich glaube nur, ich soll das jetzt nicht tun. Dreimal schütteln. Ich schätze UV-Licht. Ich schätze UV-Licht. Ich hatte das jetzt blöd gehalten. Ich hatte das jetzt blöd gehalten. Moment, ich probier's mal übers Menü. Äh, ja. Ja. Das müsste das sein. Ja. Das ist natürlich jetzt auch vor dem Hintergrund ganz, ganz klasse. betrefft. Ja. 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 Äh, ja. Ja. Und dieser Dingsbums, was ich jetzt gefunden habe, ist hier nicht drin. Ist ja auch nicht schlimm. Ich glaube, da werde ich noch ein bisschen was verpassen hier. Ja, der Kollege ist am Arsch. Ähm, ja, jetzt ist die Frage, wo geht's jetzt lang? Vielleicht... Warte. Warten Sie. Hoiuiui. Yes. Hoiuiui. Uiuiui. Ach, der macht was Weites gehen von alleine sogar. Ich muss gar nichts tun. Oh, ich bin da aber schön smooth jetzt hier runtergerutscht. Und jetzt bin ich gegen meine grüne Wand geknallt. Ich muss hier raus. Wo lang denn? Jetzt wird es spannend langsam. Was ist das? Ja. Hören Sie mal auf. Okay, alles klar. Freut mich. Okay, jetzt geht es dann langsam ein bisschen Richtung Resident Evil 7 hier. Oh je, denke. Vielleicht gehen wir erstmal ins Wasser. Die Fischchen sind mir dann doch ein bisschen lieber als der. Ich glaube, der ist aggressiv und groß. Ich probiere es mal da rechts. Man sieht sie. Man sieht sie. Man sieht sie heranschwimmen. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Moment, ich werde mir in der rechten Hand vorsichtshalber. Ja. Ja, aber äh. Wieso kann ich in der rechten Hand alles klar. Und eine kleine Schusswaffe wenigstens. Ah ja, besser als nichts. Das ist ja echt kacke. Aber wahrscheinlich wegen dem Potenzial, dass ich mit der linken Hand das noch anpacken könnte. Oh, hallo. Sprengstoff. Bin ich hier voll? Ja, klar. Mein Menü ist voll. Okay. Nicht schlecht. Okay. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Ach so, ich habe ja natürlich nach wie vor hier. Jungs und Mädels, bitte. Jetzt finde ich hier einen Haufen Zeug. Freunde der Sonne. Jetzt geht es hier. Hallo? Ach so. Jetzt geht es hier demnächst ab, glaube ich. Ich glaube sogar richtig. Ich will eigentlich nicht da lang. Ich will ehrlich gesagt schon noch. Ich meine, ich habe jetzt einen Haufen Zeug gefunden. So ist es nicht. Aber das wird auch nicht ewig reichen. Guck mal, da ist sogar noch was. Gut, dass ich zurückgegangen bin. Ach so. Da kann ich was hin tun. Oh, es sind nur Sekunden, nicht Minuten. Oh, es sind nur Sekunden, nicht Minuten. Okay. Das ist ja gar nicht übel. Ähm. Oh, my goodness. Naja. Cool. Also echt nicht schlecht. Also geiles Spiel, muss man schon sagen. Hier und da hätte ein bisschen was gemacht werden können. Nur gerade so. Ja, in erster Linie ist ja meine Schuld. Ich habe mich von den Stream-Zuschauern dazu überreden lassen, das Ganze auf normaler Schwierigkeitsstufe zu spielen. Auf leicht wäre, glaube ich, ein bisschen besser gewesen. Da wären wir auch schon deutlich weiter. Und der nächste Mangel, oder was heißt er, der Mangel am Spiel selber ist in erster Linie der, dass es, ja, inzwischen schon zweimal abgestürzt ist. ist, das könnte jetzt ein richtig schönes, großes Höhlen-Labyrinth hier werden, in dem ich mich total verirre. Ich könnte aber auch einfach in mehrere Sackgas, ah, guck mal. Okay, ich mache das mal so. Hallo. Na? Sind wir hier? Irgendwas sagt mir, ich soll umdrehen, aber... ich will eigentlich nicht... Oh, jetzt gibt es hier wieder Wasser. Das kann jetzt... Also wirklich, das kann jetzt ewig dauern hier, bis ich hier mal weiterkomme. Hier kann es ja... Was ist passiert? Quer, du Schwein. Okay. Also wir scheinen aber auch nicht wirklich leider signifikant weiter hier zu kommen. Zumindest mal nicht in diesen Wasserbereichen. Hätten wir vielleicht doch zu dem Kameradenfeuer gehen sollen, der da so groß und mächtig vor uns standfasst. Oh, guck mal, da steht was. Moment, wir machen jetzt erst mal uns gerade hinstellen. Ja, jetzt ist das wieder gut. Oha. Was bist denn du? Ah, Kranich, oder wie heißt das? Ja. Okay. Kann ich aber so offensichtlich für nichts gebrauchen. Ja, muss jetzt gucken, dass ich wieder irgendwie... Wann, hat jetzt mein linker Controller vibriert? Keine Ahnung. Hat er auf jeden Fall gemacht. Ich würde mich hier gerne schneller bewegen, ehrlich gesagt, aber es geht nicht. Ja. Ja. Ist ja schön, dass hier ein paar Sachen zu finden sind, aber dass du natürlich hier Mordsumwege gehen musst. Ist doof. Ja, jetzt haben wir immer doch das Licht an, das ist ganz... Ah, hat die ein Licht, die Lampe. Cool. Warum wir ja die andere Lampe nicht? Ach, Leute, von heute, bitte. Ist das richtig? Ich kann jetzt nicht schon wieder ins Wasser müssen. Ich weiß nicht, wo ich bin, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, aber ich scheine irgendwie voranzukommen. Es kann natürlich sein, dass ich jetzt komplett rückwärts gelaufen bin. Ich habe keine Ahnung. Es gibt ja auch... Es gibt ja auch keine Map, ne? Also, wie auch von so einer verschütteten alten Höhle. Ja. Da bewegt sich was. Ich habe irgendwas sich bewegen sehen auf jeden Fall. Aha. Nö. Doch da vorne ist irgendwas. Irgendwas, was? Oder ist ein Grafikfehler? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall sollten wir, glaube ich, mal noch was Großkalibrigeres umschalten. Nur im Fall, hier geht jetzt gleich die Post ab. Ah, da kann ich jetzt auch. Sprengstoff, okay. So. Ja, da käme ich jetzt wieder ins Wasser. Habe ich jetzt offen gesagt keinen Bock dazu. Ah, wieder so ein Spiel. Schön. Okay. Nein. 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 Langsam. Jawohl. Nein. 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 Sehr schön. So, ja gut, also diese freisprengbaren Gänge sind offensichtlich auch nur da, um irgendwelche Artefakte zu finden. Mir persönlich wäre es lieber irgendwie wieder Ja, mir persönlich wäre jetzt sogar Feindkontakt mal lieb. Bin ich ganz ehrlich.